Herr Ehrlich, Sie unterstützen jetzt die Kampagne Bewegung gegen Krebs. Was hat Sie motiviert, das zu tun? Ja, ich sehe da einfach eine große Verantwortung als Mitleidender. Ich bin ja ehemaliger Hirntumorpatient und weiß, wie mir das damals gut getan hat, nach der Bestrahlung, nach der Therapie, dann erste Spaziergänge zu machen und dann leicht anfangen zu joggen. Also Step by Step, dadurch kam der Hunger wieder, der Appetit wieder und das hat mich einfach nach vorne gebracht. Und deshalb unterstütze ich die Kampagne, weil ich einfach eine Verantwortung sehe gegenüber anderen Patienten, die in der gleichen Situation sind wie ich damals.